Tischtennis in Frensdorf. Kleiner, sehr rühriger Verein. Früher um Jochen Smetana, der leider überraschend vor mittlerweile auch schon wieder einem Jahr, 7. März 2018, verstorben ist. Der hier vor allen Dingen viel Jugendarbeit gemacht hat. Einer seiner Jugendlichen Kai Rommel versucht jetzt die schwere Erdschaft anzutreten und organisiert hier Bavarian Race Cup Turniere. Leider momentan mit etwas wenig Zuspruch. Heute ist es so schlecht von der Qualität der Spieler besetzt, dass meine Wenigkeit sogar in der ersten Runde gesetzt ist. Das gibt es normalerweise überhaupt nicht. Das ist nicht unbedingt gut für mich, weil ich die erste Runde mal gern zum Einspielen benutze gegen jemanden, gegen den ich sowieso nicht gewinne. Jetzt stehe ich unter Druck, aber das ist alles nicht interessant. Also, Sonntagmorgen, der 14. April Schicksalstag für den TV-Hit. Wenn ich da gestern was falsch auf Videos gesprochen habe, meines Wissens. Heute das Spiel gegen Dortmund, da geht es um den Klassenerhalt in der zweiten Liga. Da drücken wir von der Fahne die Daumen. Aber jetzt erst mal hier Runde 1 mit dem Lokalmatadoren von Frenzdorf. das ist wichtig. Ja, das ist gut. Das ist gut. Also, lasst uns, kommts an. Das ist gut. Da ist alles, kommts. Vielen Dank. 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 Thank you. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.